Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ah ne, bin ich nicht. Wenn die alte so durchs Haus flüchtet und du hinterher rennst mit so ner Landseite. Schreck dich, schreck dich. Ja, sowas gibt's, Alter. Hahaha. Mit ner Armbrust. Luca. Das war, also das war schon ne geile Folge. Was ist denn der Spast? Der fliegt viel zu weit um, glaub ich. Auch dieser Hundemensch, der, keine Ahnung was das für einer war, der einfach so 5 Sekunden mit Mord wieder rauskriegt. Ja! Ja. Jetzt fliegt mir ne Handynummer hinterher. Mir kann man aus guten Gründen nicht zugucken. Richtig, bei mir auch. Genau so. Steht hier noch ein anderer Spieler, Marvin, wer ist denn jetzt der andere Spieler, der hier steht? Bei dem Ninja Treiber steht noch einer. Achso. Hier ist ein Off-Radar-Chat. Der Nyrod. Der Nyrod. Hey, hier steht irgendein Spieler beim Ninja Treiber. Was ist denn das jetzt? Der Nyrod. Wer ist das? Keine Ahnung wer das ist. Das Nyrod. What the fuck? Auf Raiderlaser am Beach. Auf Raiderlaser am Beach. Da ich doch. Was macht denn der jetzt die ganze Zeit hier bei mir, Digga? Du denkst auch, dass ich mich jetzt so piss einfach von dir verharzen lasse. Ja, ne. So ultra low, Alter. Die Lacksticke, die krieg ich noch. Na, jetzt schießt er. Da ist wieder an einem Czernobock. Die war so close, man! Mr. Toxic ist im Czernobock. Brrr. Oha, holt euch den. Ja, aber... Miet-Hair-Base da. Nix so gut. Was? Lass mir meine Kille! Wenn ihr euer eigenes Universum erschaffen könntet. Ja! Ja, dann... Blöd gelaufen. Dann war's das wohl. Physics, ich glaub bei dir ist in der Nähe ein Noob-Bike auf Raider gegangen. Ich weiß jetzt auch nicht. Was ist denn der Downy? Nimm ich Brüche gut. Also ich fand den... Mit dem Snap-Score fand ich jetzt... Okay. Digga, du kriegst den Nightshot, geh nicht platt. Uniform. Ja, Digga, ist das auch so sch... Der Greg sitzt im Avenger. Hab ich dich, du Spast! Ja, 100% Na, warte, Kollege, dich krieg ich da auch runtergesnackt. Fühl dich nicht so sicher, da oben. Dass das immer das Gleiche mit euch ist. Ja, es ist halt immer das Gleiche, sonst lang wird halt... Oh mein Gott, oh mein Gott. So gut, Digga, der hat eine 1,95er KD, Digga, natürlich, spiel dir wie ein Opfer. Oha. Oh ja. Ja, geh quitten, Bruder, geh quitten. So, ich geh jetzt das U-Bolt mit dem Annihilator klatschen. Ach, er hat das ganz rot lackiert. Das sieht aus wie ein blutiger Dildo, Alter. Oh, er ist weg. Arschloch. Weil er sich bestimmt jetzt weg-teleputiert. Ah, ich hab's kaputt gemacht. Ah! Oh, er hat sich einen Sparrow geholt. English Dave, verpiss dich. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hoffe, das nimmst du auf. Der Typ ist AFK, der. Der braucht trotzdem ein... Also, nee. Der ist AFK. Ja, da müssen wieder die, äh, Demokratieverstärker der schweren Art durchgreifen. Demokratieverstärker. Ich liebe dieses Wort. Na, da muss ich auch sagen, das demokratieverstärkende Militär vom, 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 von der USA ist natürlich das allerbeste. Ne, was man mal sagen, ne? Erstmal kurz hier in die Ukraine einmarschieren, Tobi. Ich will auch genau zu ihm fahren. Ja. Hallo, 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 hallo. Geht's euch noch gut? Ach, ihr Wichser. Ich mach weg, ihr mal. Deja, ich hol mir gleich das Snoopek und fetz euch weg. Ah, hinterher. Ey. Go, ich bin Snoopek. Der Typ ist AFK, da. Der Demokratieverstärker hat nichts gebracht, muss man ja sagen. Na, dann holen wir halt den anderen Demokratieverstärker. Der DeLorean. Ja, ich hab mir mal einen Sternebock, ne? Brauchen wir keine Lust mehr. Ja, du Hörnsohn. Na ja, aber ich hab mal den Demokratieverteidiger geholt. Ja, es gibt Demokratieverstärker und Demokratieverteidiger. Ist das ja wie vor, die Ukraine hätte die Dinger gehabt? Oh, der andere ist wieder draußen. Ich mach mir Dank für's so. Maman, pass auf, da könnte es singen. Nice, Polizeiheli. Wohnen. Hey, der DeLoxer. Ach, Digger, der DeLoxer. Sieht aus, als hätte den Ben getunet, Alter. Ach, Digger, der Fliegt einfach vor mir weg. Komm her. Lock ihn einfach zu uns. Ich will... Welcher Höhe seid ihr denn? Ziemlich low jetzt. Ja, da ist er, da ist er. Ich kann nicht ran sehen, ich bin so nicht. Ah, ist da schön gegen so eine Plebs zu dogfighten, da fühlt man sich wie der Mighty. Ich kann ihn nicht anvisieren, was ist das? Ach so? Hä? Es ist noch ein Jet. Der Typ mit dem Kopfgeld hat ein Jet. Das ist nicht so geil. Warte, ich helfe euch. Du musst doch nicht, der hat sich scheiße, oder? Ich komme und helfe euch. Ich pre-am, glaube ich, ein bisschen zu stark. Oh mein Gott. Oh, er hat einen Hitz. Holen, holen, holen. Oh mein Gott, die ganzen Lenkraketen hier. Ha, der Gino ist abgestürzt. Ich habe keinen Winkel auf den Jets. Oh, schade. Ja! Sea Breeze is almighty. Wieso kann ich es nicht? Also ich spray da jetzt einfach mal wild rum, vielleicht treffe ich ihn hier. Digger. Und? Hör auf, da rein. Ich habe ihn nicht beschwert, Epixdown hat sich beschwert. Pip, pip, pip. Mal gucken, ob das wieder so ein typisches Exemplar ist. Oh, das ist ein Aufräder Deluxo. Epixdown ist ein... Oh, Christus. Aufräder Deluxo. Er ist schon tot, ich habe ihn upgebracht. Pass auf, der andere Stinger hat wieder. Oh, wir sind tot. Ja, klar. Es ist so schlecht.